Haben die nicht gemacht? Habt ihr euch gerade gedacht, ne? Ja, hab ich mir auch. Aber vor allem hab ich mir gedacht, hat sie nicht gemacht bei der Szene. Doch, hat sie nämlich gemacht. Sami Baitosch macht ein No-Look-Lupertor im Ligen. Ich flippe aus. Habt ihr sowas schon gesehen? Ja, vielleicht beim Krebsfußball in der Grundschule. Aber das weiß ja keiner mehr so richtig von uns wahrscheinlich. Einfach nur genial. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!